Bitte entschuldigt die kurze Störung, wir müssen kurzfristig noch einer anderen Verpflichtung nachgehen. Wir sind gleich für das eigentlich vorgesehene Programm da. Also da wo die Garagen aus waren, die ist gleich rechts von raus. Da und die Kamera läuft. So, es ist Montag, der 3. April 2023. Das heißt, drei Jahre irgendwas Politirsinn, 13 Monate oder so Sanktionswahnsinn und wir stehen, nachdem der Roman und ich gestern beim Fähnchen tragen, polizeilich genehmigt und geführt. Wobei das auch nicht mehr ganz korrekt ist, weil wir haben ja inzwischen nur noch eine Eskorte von maximal drei Beamten. Das war ja auch schon mal anders. Ich kann mich da erinnern, wir hatten eins, das Brandmal der Spaziergangster, wo auf Mischverhältnis von 6 zu 1 Polizisten zu Spaziergängern waren. Irgendwie sind die Mittel in dem Land vorbei, irgendwie kackt man ab, macht aber nichts. Jedenfalls ist es heute ein Montag, der Roman hat schon einen erfolgreichen Arbeitstag hinter sich. Ich habe einen erfolgreichen Schwurbler-Tag hinter mir. Und wir stehen jetzt hier einmal mehr vor einem Neudorf für Fußballsticker und neu ins Zähne gesetzt, natürlich für Steuergeld, gemeinsam mit so ein paar Konterfeis der österreichischen Verbrecherpartei. Es gilt natürlich nach wie vor die Unschuldsvermutung. Ja, wieder einmal unsere Salzburger Volkspartei. Ja, da hinten ist immer noch einer, der sich kümmert von der KPÖ. An dieser Stelle möchte ich gleich mal erwähnen, irgendeiner von Roman's treuen Lesern, äh falsch, treuen Sehern und damit erstmal ein Hallo den Sehern von KryptoTV und ein herzlich willkommen im korrupt und vertrottelten Österreich. hat letztendlich festgestellt, dass meine Aussage, dass Stalingrad, sprich die steirische Landeshauptstadt, jetzt unter KPÖ-Führung Bankrotzei läge natürlich nicht an der dortigen KPÖ-Führung und ich sei deswegen total lost. Ja, ob ich deswegen lost bin, möge der Kommunist mit den Anglizismen gerne für sich entscheiden. Ich gebe natürlich zu, die einstige Wirtschaftspartei, die da nämlich, hat unter Bürgermeister Nagel bereits erfolgreich Schulden geschaffen und die KPÖ hat es einfach nicht geschafft, das zu ändern. Also in diesem Falle danke an den aufmerksamen Seher von KryptoTV für diese Korrektur und konstruktive Kritik, nehme ich so hin. Stimmt hiermit also ein kleines Sorry an die KPÖ, ein Sympathisant derselbigen Partei bin ich trotzdem nicht, weil, wie gesagt, ich glaube der Begriff Kommunismus und alles was damit verbunden ist, hat in der Geschichte eine schwarze Zeit hinterlassen. Wird eben auch sein. Fragt sich auch, wo sie die letzten drei Jahre waren. Na ja gut, linke Gutmenschen sind in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Jedenfalls, das sieht man ja auch bei den Sozis, die essen ja jetzt ihr Schnitzel mit Ketchup. Das ist wichtig, also die höchste Teuerung interessiert uns nicht. Die Wiederaufarbeitung von irgendwelchen Corona-Maßnahmen ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Joy Randy ihren Thron hat und dass man das Schnitzel mit Ketchup ist. Sei es wie es sei, die ganzen Zusatzinformationen dazu suchen sich die geneigten Seher bitte selber raus. Wir werden die nicht mehr alle verlinken, weil der Roman und ich sind nach drei Jahren etwas müde und ihr könnt ja auch mal ein bisschen Hausaufgaben machen. Nichtsdestotrotz, wir stehen also hier quasi vor einer bunten Reihe. Der Vertreter der österreichischen Verbrecherpartei, kurz ÖVP. Es gilt natürlich weiterhin die Unschuldsvermutung. Wir werden heute einen dieser Vertreter, er ist erstaunlicherweise, obwohl er jung und dynamisch ist, nicht drauf. Das ist nämlich unser Bürgermeister Harry Bräuner. Der Roman und ich haben dessen Gattin und seiner Fahrschule einst schon einen Besuch abgestattet. Der Roman wird das Video vielleicht verlinken, weil es meines Erachtens nach sehr sehenswert ist, was die Gattin des Bürgermeisters mitten in der Plandemie damals so von sich gegeben hat. Jedenfalls, wir werden diesen guten Mann heute anzeigen. Und warum wir das tun werden, seht ihr jetzt im Video. Wir werden uns da jetzt einfach ein bisschen in Bewegung setzen. Ich nehme die Verdunklung ab, weil wir sind ja in dunklen Zeiten mitten im dunklen, dunklen Tunnel. Wir halten fest, da war noch gar kein kleines Kind am Glätzchen. Vielleicht war der Sticker zu hoch. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum wir unseren Bürgermeister anzeigen wollen, das ist ganz einfach erklärt. Muss ich allerdings ein bisschen ausholen. Die meisten, die mich kennen, also der eine oder andere Seher von KryptoTV wird das von dort tun. Die anderen werden es eventuell aus der Salzburger Nacht. Und da, da ist er wieder. Lebensqualität sichern und Gesundheitssystem stärken. Ja, das hat er die letzten drei Jahre ganz vorbildlich unter seiner Führung funktioniert. Ich unterbreche mich schon wieder, aber Entschuldigung. Jedenfalls, also der eine oder andere wird mich von KryptoTV kennen. Also das sind dann die rechtsextremen Bildungsfernen, Aluhüter, Verschwörungstheoretiker. Kurzum die Menschen, die mit all ihren Aussagen letztendlich immer Recht behalten. Und die anderen kennen mich aus der Salzburger Nacht. Und ja, damit ist eigentlich schon mal klargelegt. Ich bin tatsächlich österreichischer Staatsbürger. Ich bin damit auch österreichischer Steuerzahler. Und ich bezeichne mich selbst nach wie vor als einen mündigen Bürger. Das heißt, ich habe mich nicht von einem sehr kranken System davon überzeugen lassen, dass man seine Freiheit eher impfen muss und dass man wieder irgendwelche Pässe herzeigen muss, ob der Reinheit des Blutes, ich habe keine Nachbarn vernadert und dergleichen. Und als solcher mündiger Bürger und Steuerzahler sehe ich einen großen Fauxpas mit dem, was da so mit meinem hart verdienten Steuergeld gemacht und finanziert wird. Und dagegen werden wir heute ein bisschen angehen. Das Ganze ein bisschen im Schatten der Tatsache, dass ja unser Nationalratspräsident mehr oder weniger wieder der österreichischen Verfassung und seiner immerwährenden Neutralität letztendlich Selensky per Videoschaltung ins Parlament geholt hat. Ein paar Stoffhobikas. Da fährt der Bus, da können wir auch gehen. Und wie gesagt, meines Erachtens noch liegt da in diesen Zeiten einiges im Magen. Am 1. April, und nein, das ist kein April-Scherz, hat in Salzburg eine Großkundgebung, ja, vielleicht doch ein April-Scherz, wenn es um die Großkundgebung geht, stattgefunden. Es ging da um einen Autokorso mit anschließendem Spaziergang zum Thema Weltfrieden. So, warte, da setzen wir auch gleich um. Dann machen wir jetzt ganz kurz Pause, weil sonst schauen wir uns die ganzen Bosner Menschen ganz irritiert an. Wie bei der Teststraße, da stellt man sich drauf ab. Da haben wir einen Balkan. So, die Eiskrote hat auch schon wieder offen. Also, da stehen dann die Leute mit der Hauben und kaufen sie ja Eis. Es lebt die Klimaerwärmung. Wir haben ja letztens quasi auch einen... Na, der Österreicher macht mit, so wie feste Fall. Man hat ja jetzt auch schon wieder die Sommerkollektion draußen. Es ist wurscht, ob sich die Klimakleber abpicken im Schnee. Man geht noch im Kalender und wir werden natürlich grundlegend jetzt, wenn es im April Eis gibt, dann kaufen wir eins. In der Winterjagd, mit der Hauben, völlig wurscht. So, sei es wie es sei. Man muss das natürlich auch machen, weil Luise Neubauer, glaube ich, heißt die gute Frau, hat ja letztens festgestellt, dass ja Österreich nicht nur eine extrem schlechte Luft hat, sondern wir auch gerade in einer Dürre leben. Also, falls es wer wissen will, ich halte das für Fake News. Bitte entschuldigt nochmal kurz die Störung. Mit der Dürre meinte die Gnädigste wohl eher die Geschäftslokale, die reihenweise in Salzburg schließen müssen, so wie ihr auch hier links neben Elvis sehen könnt. Woran das wohl liegen mag. Und mit der schlechten Luft nimmt sie wohl auch nur Anteil an die vielen Menschen, die heute noch eine Maske tragen. Bitte entschuldige Elvis, dass ich dich jetzt wieder kurz unterbrochen habe. Damit hast du wieder das Wort. Ich bin nämlich die letzten Nächte in meinem Dienst im Regen standen und habe mir gedacht, verdammt feuchte Dürre. Aber gut, ich bin natürlich auch nicht Frau Luise Neubauer. Aber wie gesagt, egal, ich bin ja noch nicht an unserer Luft verstorben. Aber auch egal. Jedenfalls, jetzt habe ich mich wieder selber komplett aus dem Konzept gequasselt. Wir haben diesen Autokon, wo ich kein so, wie auch immer, diese Großthema am 1. April gehabt. Da wurden dann mit der Unterstützung von Wienern und Linzern und sonstigen Bundesbürgern sowie ein paar aufrechten Schweizer die Punkte unterstützt für den Weltfrieden. Ja, also was ich jetzt persönlich von einer Kundgebung zum Thema Weltfrieden halte, das sei dahingestellt, aber ich bin natürlich auch keine Schönheitskönigin. Und dabei in Zeiten der höchsten Teuerung und des Irrsins rund um den Klimawandel, ich habe es ja gerade erwähnt, fossile Brennstoffe im Kreis zu verfahren, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt gescheit ist. Aber gut, ich mache mich da jetzt vielleicht unbeliebt, aber das mache ich öfter. So, warte mal ganz kurz, da haben wir jetzt ein interessantes Plakat. Tja, tatsächlich ein Wahlplakat der MSG. Ja, und das Waldstagsseiten entlang ist ein Arnhaufen. Nein, also sie haben sogar extra einen Baum umgeschnitten und aus neuem Holz, scheinbar gab es nicht genug Alte, die musste man... Nein schlecht. Nein schlecht. Und man sieht ja, da ist richtig fachmännisch gearbeitet worden, da hat man auch noch angezeichnet, wo die Schraube rein muss, also da sieht man halt auch mal mehr, gell, Österreich. Das Land der großen Söhne, Töchter und das Land ohne Strome. Die alten Euro-Paletten hat man wahrscheinlich nicht gefunden. Ja, hab ich gesagt, da sieht man, da arbeiten drauf. So, wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zur Bank, damit meine Aussage, ich sei ein mündiger und steuerzahlender und rechnungszahlender Bürger bestätigt wird. Aber der Roman macht schon mal einen Schwenk auf die Staatsbrücke. Heute relativ windstil, heute zur Abwechslung auch mal trocken, also tatsächlich fast eine Dürre. Die Palmbuschen schauen schon fast ein bisschen ausgemergelt und verbrannt aus. Aber worauf ich hinweisen will, und ihr könnt das auch in Romans Video vom 29. bezüglich der Klimakleber sehen. Ja, die waren mit ganzen vier Leuten in Salzburg aktiv. Große Bewegung. Der Brückenkopf der Staatsbrücke ist auf allen Seiten, also einmal da vorne, einmal da drüben, einmal hier und einmal da, sprich viermal mit der Flagge der Ukraine beflaggt. Und da werden wir dann später gleich darauf zurückkommen. Jetzt gehen wir erst einmal Rechnungen zahlen. Zu diesem Zwecke gehen wir zur Raiffeisenfiliale. Ihr wisst schon, jener Zentrale, jener Bankengruppe, die einst von dem ukrainischen Präsidenten da ein bisschen, wie soll man sagen, gebeutelt wurde, indem er ja quasi da einer Tochterleasinggesellschaft einfach das Kapital entzogen hat, weil er damit seinen sogenannten Verteidigungskrieg finanzieren will. Das ist eigentlich ein Bankraub, oder? Nein, das ist Bankraub, wenn wir zwei Kriminellen das machen, wenn der Selensky das macht, ist das politisch korrekt, gut und vogue und keine Ahnung was. Sei es wie es sei. Wie gesagt, da wird man dann auch noch wieder der immerwährenden Neutralität ins österreichische Parlament via Videokonferenz zugeschalten. Es ist alles gut. Wir haben natürlich auch heute einmal mehr keinen Auftrag der Generaldirektion, in diese Bank zu gehen. Das heißt, der Roman wird da heute auch gar nicht filmen, damit er nicht erneut mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Er ist ja als unabhängiger Rock'n'Roll-Krawalljournalist schon in die Bredouille gekommen. Eventuell haben wir bei den Klimakleber eh wieder Anzeige eingefangen, aber sicher bin ich mir noch nicht. Ja, wie gesagt, man wird sehen. Es geht ja heute weiter. Ich habe ja in dem Monat, am 24. dieses Monats, auch einen Doppelverhandlungstag. Da gehe ich um 9 Uhr zum ersten Gericht und am Nachmittag dann zum zweiten Gericht, damit quasi der Rechtsstaat seinen Tribut fordert an einem freien Tag von mir. Aber nachdem ich auch heute einen freien Tag habe und am Schwurbeln bin, ist das völlig wurscht. Ja, jedenfalls, es war da dieser Autokurse. Man hat da also sinnlos in Zeiten der höchsten Teuerung fossile Brennstoffe verfahren. Man hat dann hinter der Polleranlage des Mozart- und Residenzplatz genehmigterweise die Autos geparkt. Ich glaube, es waren so knappe 30 Fahrzeuge. Der Roman war vor Ort als freier Journalist und hat das Ganze festgehalten. Ja, sehr beeindruckend, wie immer. Also, die österreichische Protestszene ist in Zeiten, wo man in den Grund- und Freiheitsrechten weggenommen hat, die Verfassung ausgehöhlt hat, die Neutralität jetzt aushöhlt, das Land in einen Krieg hineinzieht, die höchste Teuerung seit Jahrzehnten produziert. Ja, quasi am besten Wege. Das Beste, was man da machen kann, man bleibt mal zu Hause. Na, schau, nur ein MFG-Plakat. Ja, da sollten sich dann auch einige aufgestellt. Familien fördern, jetzt noch nicht schlecht. So, da haben wir politisch unkorrekt eine Oben-Ohne-Chinesin mit Dreadlocks und Tattoos. Also, wenn das mit den Dreadlocks mal keine, bitte halt das fest, wenn das bitte mal keine kulturelle Aneignung ist. Und Frühsexualisierung der Kinder, aber das macht man mit Drag Queens ja auch schon mittlerweile. Ja, wobei, ich glaube, nachdem Asiaten ja grundsätzlich jung aussehen bis ins Hohe Alter, dass das gar kein Kind war. Nein, ich meine, die Kinder dabei frühsexualisieren mit den Bildern. Misch dich ein, Landtagswahl 23 mit Orangenfingernäckern, jawohl. So, so ist das halt. Ja, jedenfalls, es gab halt da diesen tollen Autokursor. Am Sonntag gab es den, wie gesagt, üblichen Spaziergang, an dem ich diesmal nicht teilgenommen habe. Peinlicher Fakt ist, die Batterien meines Weckers haben einfach den Geist aufgegeben. Wecht hat er gehabt. Ich habe deswegen einfach verpennt. Ähm, sonst wäre ich schon noch am Start gewesen. Ich habe absichtlich gespritzt. Also mein Hecker hätte funktioniert. Habe ihn ausgeschaut und gesagt, legt's mir am Arsch, ich bleib daheim. Naja, wie gesagt, also wir werden, wir werden unseren Protest. Ui, schau, E-Autos. Also Ladestationen für E-Autos. Ja, jeder Parkplatz muss jetzt mindestens eine gewisse Aliquote Ladestation bieten, sonst dürfen wir keinen Parkplatz mehr errichten in Österreich. Ja, siehst du, also mein Wecker hatte ich nicht gehabt. Meine Batterie war leer. Da sieht man mal, wie so ein Blackout funktioniert. Jedenfalls, wir stehen jetzt hier vor dem rückwärtigen Eingang der Riker Salzburg. In Zeiten der Silicon Valley Bank und aller anderen, die ja da gefolgt sind in den USA, in Zeiten der Swiss Credit, alles sehr spannend. Bevor jetzt wieder irgendein Gewamperter im grauen Pulli kommt und erklärt, wir haben keine Genehmigung der Generaldirektion, dann gehe ich jetzt einfach da mal meine vielen, 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 vielen Rechnungen zahlen. Ihr wisst ja, am Monatsanfang belege damit, wie gesagt, dass ich Steuerzahler und arbeitender Bürger bin. Und der Roman macht inzwischen eine gewutzelte Zigarette und schaut, dass er nicht festgenommen wird. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Baba! So, da sind wir jetzt wieder. Wie gesagt, wir haben den dritten, vierten. Wir stellen mit Verwunderung fest, Geld ist noch nicht am Konto. Ich gehe davon aus, dass das nicht an den verspäteten Überweisungen meines Arbeitgebers liegt. Der ist da nämlich mehr als gut pünktlich und sonst was. Sondern ich gehe davon aus, dass da einfach die Bearbeitungszeit der Bank ein bisschen gedauert hat. Eventuell ist das der Tatsache geschuldet, dass wir ja, wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, so ein bisschen eine Bankenkrise haben. Das ist aber nicht weiter tragisch. Das haben wir 2008 schon mal gehabt. Da haben die Manager dann auch ihre Boni bekommen. Also bitte nicht fürchten, nicht ärgern, alles ist gut. Das macht jetzt natürlich die Sache mit den finanziellen Ausgaben heute ein bisschen kleiner. Aber mein Gott, er muss halt ein bisschen der Vermieter und alles, was da sonst noch so auf Geld war, gut warten. Wir haben ja noch zwei Tage Zeit. Damit gehen wir jetzt dem nächsten Spot zu. Wieder vorbei an kulturell angeeigneten, barbusigen Chinesinnen mit Dreadlocks. Und einen Plakat des Herrn David Ecker. Zur Erinnerung, das ist der gute Mann, der letztendlich in der Szene mit der Pym, also der mit dem Thron und so, die so gern in Monte Carlo, glaube ich war es, sitzt und Champagnerfrühstück genießt. Und ja, die einen eigenen Thron bestellt hat für ihr Büro. Die waren ja gemeinsam letztendlich in der Szene in Salzburg und haben da groß geworben. in Zusammenarbeit mit der Tunnel Gabi, unserer ehemaligen Landeshauptfrau. Das war die, die da einst 445 Millionen Steuergeld verloren hat. Also es ist schon spannend, auch was die SPÖ gerade so macht. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir das Schnitzel mit Ketchup essen. Ich bin wieder der Hundebattler, ich isse meine Schnitzel mit Breiselbeeren. Aber das ist auch völlig wurscht. Der Roman macht jetzt einmal einen Kameraschwenk, weil jetzt weh, da ist ein bisschen der Wind. Das wird man nicht erkennen an der Kamera. Okay, dann machen wir das nicht. Ja, wie letztens bei Mürerböbel hat es gesehen. Nein, wir kommen ja jetzt eh in die unmittelbare Nähe. Kann man leider keine Kamera leisten, die eine Zoom-Funktion hätte. Sorry. Ja, du bist aber auch noch nicht beim, äh, mit Haushalts... Nein, wir sind nicht so... Roman, Roman lass, wir sind nicht so deppert. Jetzt habe ich es ja gerade in der Hand. Ja, wir sind ja nicht so deppert wie unsere kleinen Kinder. Nein, ich bin gescheit, darum tue ich es ja. Äh, wie gesagt, wir sind, wie gesagt, nicht der mit Haushaltsabgabe-Zwangsgebühr finanzierte ORF. Das heißt, die Mittel des Roman sind technisch da ein bisschen eingeschränkt. Aber das passt schon, weil wir machen ja letztendlich low budget und sind damit wenigstens finanziell vermeintlich unabhängig. Weil wenn ich mir anschaue, dass kürzlich zum Jahrestag des ersten Lockdowns, sprich zum 16. März dieses Jahres, niemand, also nicht auf 1, nicht RTV, nicht der ORF, nicht OIE24 etc. 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 darauf hingewiesen haben, dann, ja, muss ich sagen, sind eh wir die einzigen, die da noch irgendwie alternativ was machen. So, da haben wir jetzt Kunst. Ja, von der Abramowitsch, der Satanistin, der hat mir das Denkmal gegönnt. Nicht immer dieses inflationäre Wort Satanistin, ich kriege da immer die Krise. Ja, ja, das ist diese und diejenigen und sie ist diejenige. Das ist nicht das Kunstwerk mit Dessess. Nein, nein, das ist gar nicht das Problem. Genau, da haben wir gleichилástige Wortグeln das Verbet Ich kann nur noch Lüste, aber, was auch schon mal kurz, dass die Vorbe burge sind, also bestimmt schon stüralom war. Ist das überhaupt nicht mühler? Das Lustige ist nämlich, wir haben hier, und deswegen habe ich mir das nochmal durchgelesen, damit wir da keine Fake News verbreitet, wir haben hier quasi zum Gedenken an die hunderten Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, die von 1941 bis 1945 gegen ihren Willen und unter großen Opfern an der Richtung dieser Brücke arbeiten mussten. Dasselbe auch nochmal in Oldschool, ich mag es in Oldschool besser, da kann man es besser lesen, und Stein ist auch für die Ewigkeit. Wir haben dann da auch nur einen Stolperstein, und dann haben wir, und das geht jetzt ohne Zoom, hier sehr schön, die Flagge der Ukraine, einmal, da drüben ist sie ein zweites Mal, dazwischen haben wir so ein bisschen Arzendantiks, Werbematerial für die nächste tolle Messe in Salzburg, wir waren ja letztens auch bei einer, fulminant kann ich nur sagen, fulminant, besonders das Backen war billig, und ja, ich habe gesagt, vertrocknete Ballenbuschen, weil wir ja gerade in dieser Türle leben, deswegen rinnt da unten schon der Sand raus, man sieht das, bitte Roman, halt das fest, 6. April, aber es ist natürlich national-athäopisch, wie im Stiegelbier, das heißt, eine Dosenfahne ist bei uns jetzt hier noch nicht eingesetzt, aber ja, so. Also die Fahne da, weil ich mir ein bisschen blöd fragen darf, das ist kein Mahnmal dafür, für die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich. Nein, die niederösterreichische Landesflagge hat zwar zufälligerweise dieselben Farben, aber diese Flagge ist tatsächlich, für alle, die es googeln wollen, die Flagge der Ukraine, stellt unten die gelben Kornfelder dar und oben den blauen Himmel, für alle, die sich fragen, warum die Ukraine eine gelb-blaue Flagge hat. Okay, danke für die Aufklärung. Die Schweden übrigens, die ja ausgestorben sind, bis auf die Ikea-Mitarbeiter, die wir wieder heimgeschickt haben, damit nicht eine Elche nach dem Sonderweg in Schweden leben, die haben auch eine Flagge mit gelb und blau, ist aber damit auch nicht zu verwechseln. Und Oberösterreich hat auch nichts mit Polen zu tun. Das würde ich so nicht unbedingt sagen, weil die Polen haben in harten Zeiten aus Kartoffelschalen Wodka gemacht und die Oberösterreicher bauen Kartoffeln auch und traditionell sagt man ja bei uns im Land, dass die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln haben, ist aber nur mal so nebenbei. So, 4% Akku. Das ist wunderbar, damit schaffen wir es jetzt noch festzuhalten, dass wir da jetzt, obwohl es hier grün wird oder auch nicht, so, das führt es mal. Dazu werden wir aber so aufs Bezirksgericht müssen, oder meinst du nicht? Nein, dazu müssen wir nicht aufs Bezirksgericht, weil man muss ja quasi, um eine Anzeige zu machen, nicht aufs Gericht, sondern zur Polizei. Und wie wir an einem einmal mehr schön gewaschenen Fahrzeug hier und einem schön gewaschenen Fahrzeug da drüben festhalten können und auch mit dem Schild hier oben stehen wir jetzt vor derselbigen. Das heißt, der Roman wird jetzt hier die Kamera ausmachen, damit wir da nicht weiteren Unmut machen. Außerdem schützen wir natürlich total gerne die Privatsphäre unserer Beamten. Und damit sind wir wieder zurück, wenn das Ganze erledigt ist. Wer hat schon seine Inmedieack geladen? Im Erdgeschoss befindet sich hier das Rathaus und der Hugo Boss. Also jene Firma, die eins diese schneidigen schwarzen Uniformen gemacht hat. Wer ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss? Ja, eine gefühlte halbe Minute später verlassen wir jetzt einmal mehr das Rathaus. Mit einer unglaublichen Information, ich hätte einmal gesagt, wir bequeme uns da jetzt einfach einmal da irgendwo, wo es ruhiger ist. Also wir sind da freundlich zur Polizei reingegangen, haben erklärt, wir würden gerne eine Anzeige erstatten. Aha. Okay. Wir würden da gerne eine Anzeige erstatten und in meinem laienhaften juristischen Wissen ist ja die österreichische Polizei verpflichtet, einer Anzeige nachzugehen. Ja, der Beamte, dessen Nummer er mir leider nicht auf einer Karte geben konnte und er hat auch gesagt, das muss er nicht, hat mir die dann so angesagt, ich habe sie um etwaige Fehler zu vermeiden niedergeschrieben, hat mich weiter informiert, wenn ich den Herrn Bürgermeister anzeigen will, muss ich zum Herrn Bürgermeister gehen. Ich meine, wie gesagt, in meinem persönlichen laienhaften Empfinden, als nicht ausgebildeter Jurist halte ich das natürlich für Kokolores. Aber das ist ungefähr so ähnlich, wie wenn ich als Frau in diesen kritischen Tagen vergewaltigt werde und ich muss zu meinem Vergewaltiger gehen, um ihn anzuzeigen. Aber wie gesagt, der Rechtsstaat ist gar sonderlich geworden. Man kann, wie gesagt, eingesperrt werden, wenn man unter freiem Himmel keine Maske getragen hat und einen Polizeibeamten auf die Ungleichbehandlung hingewiesen hat. Man kann auf Bewährungsstrafe draußen bleiben im Falle von, wie gesagt, sexuellen Übergriffen. Man kann inzwischen als linker, woker Schauspieler mit 58.000 kinderpornografischen Dateien am PC lediglich ein bisschen so ein digitales Delikt begehen. Und dann sind auch 110 Gramm Kokain lediglich Eigenbedarf. Bis dato war, glaube ich, die Obergrenze bei Eigenbedarf bei 15 Gramm. Egal, wie gesagt, wenn man heute eine Anzeige machen will, dann muss man zu der Person, die man anzeigen will, selber gehen. Das finde ich recht spannend, weil in Niederösterreich hat ein Baumeister, meines Erachtens noch völlig zu Recht, unseren Vizekanzler, ihr wisst schon, das ist der Herr Kogler, der überall einen Aufmarsch von Staatsverweigerern, Staatsvereinden, Neofaschisten und sonst was Sirk angezeigt, ob seiner Aussage, dass hier die Vertreter der dort jetzt in der Landesregierung sitzenden freiheitlichen Partei alles Keller-Nazis wären. Vielleicht muss ich mich mit diesem Baumeister in Verbindung setzen, damit ich erfahren kann, wo der Anzeige erstattet hat, weil bei der Polizei in Salzburg kann man ja jetzt keine Anzeige mehr erstatten. Ich finde das grandios, also ich finde es zum einen grandios, dass wir, wie gesagt, mit fossilen Brennstoffen huppern und im Kreis fahren, um auf den Gaspreis, die Teuerung und den Krieg hinweisen, anstatt dass wir eben da Anzeigen erstatten und sozial ungehorsam sein, aber das ist natürlich nur meine Meinung. Nur jetzt, wo ich sehe, welche unglaubliche Schwierigkeit man als österreichischer Staatsbürger hat, eine Straftat anzuzeigen, finde ich das relativ spannend. Also falls wer fragt, der Roman und ich werden jetzt nicht zum Bürgermeister gehen und den Bürgermeister beim Bürgermeister anzeigen, weil das ist für mich Schildbürgertum in erster Klasse, ich werde da jetzt wahrscheinlich mich mit einer Anwaltskanzlei zusammentun. Vielleicht können die mir erklären, ob es noch einen anderen Weg gibt, als den Bürgermeister beim Bürgermeister anzuzeigen. Und falls nicht, ja dann hätte ich einfach gesagt, ist mit diesem Video einmal mehr bewiesen, welch unglaublich korruptes und vertrotteltes Land diese einstige Wahldemokratie inzwischen ist. Ich vermute einmal, das wird der Fall mit Anwalt auf dem Verfassungsgerichtshof hinarten, oder? Das wäre die einzige Möglichkeit, was mir einfällt. Naja gut, ich meine, nachdem der Verfassungsschutz ja in den letzten Jahren wenig getan hat, um die Verfassung zu schützen, und nachdem sich hier auch zum Beispiel mit dem Herrn Rami, ich kenne seinen akademischen Titel nicht, also mea culpa, wenn ich den hier jetzt falsch tituliere, ob er ein Magister, ein Doktor, ein Professor oder sonst was ist, jedenfalls dieser Herr Rami hat sich hier auch als Verfassungsrichter dadurch hervorgetan, im Interesse der Gattin des Kanzlers, die Untertanen des Kanzlers anzuzeigen. Also wie gesagt, mein persönlicher Glaube an die Säulen unserer Demokratie, also unserer, Entschuldigung, Wahldemokratie, ist ja nicht nur, was die vierte Macht im Staat, sprich die Medien und Presse angeht, sondern ganz generell ein bisschen erschüttert. Aber wie gesagt, ich werde da auf alle Fälle dranbleiben, aber ich muss schon sagen, ich finde es relativ spannend. Also ich habe die Erfahrung gemacht, in diesem Land gibt es eine Unzahl an Gesetzen und erstaunlicherweise kann man die immer gegen den Bürger verwenden. Wenn der Bürger irgendwann auf die Idee kommt, sie zu nutzen, dann wird er nicht unfreundlich, aber doch etwas belächelt abgewiesen und wird darauf hingewiesen, Dienstnummern muss ich ihnen als Kartal nicht geben. Ja, wenn sie einen Bürgermeister anzeigen wollen, dann müssen sie zum Bürgermeister gehen. Ich meine, es ist nicht schlecht, was man in drei Jahren Ausbildung als Polizist lernt, also wie gesagt, den Straftäter in Zukunft beim Straftäter anzeigen. Wie gesagt, wenn bei euch eingebrochen wurde, fahndet nach dem Einbrecher, geht zu ihm und der macht dann die Anzeige. Wenn ihr missbraucht wurdet, geht zu eurem Peiniger und macht dann da die Anzeige. Ich glaube, das ist ein richtig tolles System und ja, damit ist eigentlich der heutige Plan etwas im Sinne des alten Normalitäts-, Demokratie- und Rechtsverständnisses zu tun. Ja, ein bisschen gescheitert. Und wie gesagt, nachdem wir inzwischen 15.30 Uhr haben, gehe ich davon aus, man wird da jetzt auch nicht unbedingt eine weitere Sache finden. Ich hätte einmal gesagt, wir werden jetzt irgendwo ein Frühstück zu uns nehmen und am Abend, das weiß der Roman heute noch nicht, werden wir ein bisschen rocken und rollen bei Manu Levin. Der kommt aus Frankreich und das Schöne ist, der kommt damit aus einem Land, da gehen Millionen Menschen auf die Straße gegen das politische System. Das ist so ähnlich wie die Bauern in den Niederlanden, auch sehr erfolgreich gewesen, hat man natürlich bei uns in der vorhin erwähnten vierten Säule, sprich in den Medien, kaum mit einem Wort bemerkt. Man will aber auch nicht, dass die Leute eventuell auf die Idee kommen, widerständisch zu werden. Man will ja noch nicht einmal das Anzeigen machen. Deswegen macht man das jetzt so, dass Anzeigen quasi, ich wollte gerade sagen, es beginnt zu schneien, das ist jetzt die neue Form der Türe, dass Anzeigen, wie gesagt, in Zukunft bei der Person gemacht werden muss und die anzuzeigen ist. Mir fällt auch gerade wieder ein, ich habe schon vor zwei Jahren die Regierung beim Verfassungsgerichtshof angezeigt und wurde abgeschmettert. Ich habe es verdrängt, ich habe es verdrängt. Nein, nein, ich habe, weil du das gerade erwähnst, ich habe am Anfang des Wahnsinns einst den Herrn Kurt Sebastian, den Herrn Anschober Rudolf und ein paar weitere Wunderwuzis rund um die dauernd in der Presse befindlichen Panikmacher angezeigt. Eben genau, ob ihrer sonderbaren, wir machen eine Pressekonferenz nach der anderen, wo wir das Volk ängstigen und mit nicht evidenzbasierten Fakten schrecken und zu Dingen mehr oder weniger nötigen. Und nein, mir ist klar, wir reden hier jetzt nicht politisch, juristisch korrekt vom Paragraf 105 StGB. Jedenfalls, ich habe damals Anzeige erstattet bei der Staatsanwaltschaft Wien. Ich habe dann Wochen später ein lapidares Schreiben bekommen über die Einstellung dieses Verfahrens und es wurde darin auch gleich bemerkt, dass eine Weiterführung, sprich ein Einspruch, der eigentlich bei fast allen juristischen Verfahren gegeben ist, in diesem Falle nicht gegeben ist. Das war also auf gut Deutsch zwischen den Zeilen gesagt ein herzliches Fakju-Bürger und das habe ich damals auch so zur Kenntnis genommen. Wir halten also fest, wir gedenken mit Stolpersteinen und Kunstprojekten, denen, die da quasi irgendwie in einem Krieg Frontdienste leisten mussten und unterstützen diesen Krieg in Salzburg durch die politisch einseitige, unkorrekte Beflaggung mit der ukrainischen Flagge. Und für alle, die jetzt glauben oder meinen, ja wieso regt sich der Trottel so auf, ganz einfach, ja mir ist schon klar, es ist anders als im Irakkrieg oder in einem der vielen anderen Kriege, die die USA da zum Beispiel geführt haben, jetzt ein Krieg auf europäischem Grund und Boden. Und deswegen muss man da Solidarität zeigen. Ich halte allerdings fest, dass im Jahr 1999 im Jugoslawien-Kosovo-Krieg ebenfalls die NATO damals ohne ein UN-Mandat, also damit völkerrechtswidrig, einen Krieg geführt hat. Und ich kann mich nicht erinnern, ich bin ja doch schon ein bisschen älter, dass wir damals serbische Flaggen oder ähnliches aufgehängt hatten. Wie gesagt, ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir Flaggen des Irak aufgehängt hatten. Ich glaube, wir haben auch im Moment, wo dieser Konflikt zwischen Aserbaidschan, natürlich politisch korrekt, weil von denen kaufen wir auch Gas und Öl, das ist okay, nicht erinnern, dass wir jetzt Flaggen von Armenien aufhängen aus Solidarität oder Flaggen von Taiwan oder sonstigen etwaigen Nationalitäten, die eventuell in irgendeiner Form angegriffen oder militärisch unterjocht oder ähnliches werden. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht wieder meine bildungsferne, vermeintlich rechtsextreme, aluhutragende, verschwörungsnahe, braune Esoterikermeinung. Ganz klar. Der Rechtsstaat hat natürlich recht, das System hat recht und deswegen erstatten wir in Zukunft einfach beim Täter die Anzeige gegen den Täter. Alles klar. In diesem Sinne sind wir jetzt einmal im dürre geplagten Österreich im Schnee unterwegs. Der Wetterbericht hat mir heute, als ich beim Bürgerservice herausgefunden habe, wer für die Beflaggung zuständig ist, gesagt, es bliebe trocken. Da sieht man wieder die Qualität der Medien, sei es wie es sei. Falls wer fragt, warum ich beim Bürgerservice nachgefragt habe, ganz einfach, ich wollte da quasi vorbereitet sein, habe mich mit dem Bürgerservice auseinandergesetzt, wer für die Beflaggung zuständig ist. Die haben mich dann an die zuständige Magistratsabteilung verbunden, zu einer Frau Zaufenberger, sehr freundliche, kompetente Dame. Übrigens, das ist der lustige Pass der Wahldemokratie, wo man jetzt beim Bürgermeister den Bürgermeister anzeigt. Ja, jedenfalls, also die hat gesagt, diese Beflaggung ist tatsächlich aufgeheiß oder ausdrücklichen Wunsch des Bürgermeisters passiert. Vielleicht sollte man doch zu ihm gehen und ihm bei ihm anzeigen. Ja, sei es wie es sei, wir schlendern jetzt durch den Schnee. Ich habe jetzt schlechte Laune, aber ich wollte gerade sagen, die habe ich eigentlich seit drei Jahren. Und grundlegend bin ich ja seit unserem Covid-Navitat-Bäumchen und allen anderen Aktionen, die ja älter ein bisschen Schulterklopfen keine Nachahmer gefunden haben, davon ausgegangen, dass auch diese Anzeige keine Nachahmer findet. Es ist halt so mit den bequemen, vertrottelten und korrupten Österreichern. Aber nach dem, der die Anzeige noch nicht mal machen kann, wird sich keine Nachahmer finden. Es ist nicht schlecht. Arm ist Österreich. Damit sind wir jetzt einfach einmal wieder raus. Und der Roman steigt wieder ein. Wenn es irgendwas Spannendes gibt, ist es im Moment nicht der Feuer. Also wir halten fest. Am 3. April ist das Geld noch nicht da, weil es wahrscheinlich die Banken eingehalten haben, um ihre Liquidität zu sichern. Anzeige, wie gesagt, beim Täter selbst. Schnee im von der Dürre bedrohten Land. Das ist alles glatt. Zum Abschluss, ein herzliches Sigi Maurer. In Zeiten, in denen die Sicherheit und die Gesundheit ja sehr wichtig sind, haben wir ja schon lange einen Schilderwald in Österreich. Der hier ist allerdings irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr so als Einbahnstraßenschild. Und sonstiges zu erkennen. Wirklich wichtig ist, dass das ja offiziell, wie wir wissen, der Roman wird das Video verlinken, Sachbeschädigung ist. Besonders schön ist auch, dass man da jetzt inzwischen nicht mehr glätselt, sondern ja zur Neutralität, einfach mit Blau umstiftet. Witzig finde ich, dass Blau dabei, also ich glaube, das waren diese Keller-Nazis, überpinselt. Lustig ist auch, dass ja zur Frieden und Neutralität mit Russland durchgestrichen ist. Aber ja, wie gesagt, jeder, wie er meint. Jedenfalls, nachdem da so viel drauf ist, hätte man einfach einmal gedacht, ist es da wahrscheinlich gar keine Sache beschädigt werden. Und deswegen werden wir da einfach nur einen draufbitten. So, wir nehmen da einmal, der Roman halt einmal, nimmt die Masken ab, weil die Pandemie ist ja jetzt offiziell vorbei. Dann sind wir da noch bei der Freiheit. Na, du darfst es da reinfilmen, wenn ich böge. Und dann haben wir natürlich unseren unglaublich guten, schweigenden Sascha, der sich ja nicht erblödet hat. Mahnende Worte bei der Angelobung der Landesregierung von Niederösterreich zu machen. Ihr wisst schon, da, wo die Mutter dahin fliegt, jetzt wieder im Amt ist, also hat unglaublich viel verändert, diese Wahl. Großer Respekt. Ja, was überbittet man denn da Schönes? Schau, ich habe das sogar noch. Aber hinten ist... Aber hinten ist echt nett. Hinten ist doof. Ja, ja. Ja, hinten ist doof. Das ist langweilig. Hinten ist doof. Nachdem kein Mensch ist illegal, ja grundsätzlich toll ist, aber ja quasi die Ungeimpften schon illegal waren, hätte ich einfach einmal gesagt, machen wir einfach einmal einen schweigenden Sascha. Zähntsambeiß, das wird schon irgendwie gehen. Oh ja. Ja, der ist vielleicht noch... Passt hat der ganz gut. Grenzgebiet. Theater-Eckschall-Maus. Ja. Du siehst den Wald verlaut der Baum nicht mehr, gell? Ja, ja, du, ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, nachdem das Volk ja brav schläft, da hätte ich mal gesagt, machen wir da einmal... Nachdem die ja so brav alles überbicken, machen wir das da jetzt auch einfach einmal. Nein, da ist ja der Fanta Bella nicht mehr ganz drauf, so. Und wie gesagt, nachdem das Volk ja so schön brav läuft und das ja politisch korrekt in den passenden Farben der Ukraine ist... Heute musste ich eh wieder am Busfahrer ansprechen, wenn ich eine Maske getragen hatte, weil ich mir so da geäumt habe. Naja, das Lustige ist, in Deutschland steigen ja gerade laut Techniker eine Krankenkasse. Also, das ist, da geht es ja um einen Kaffee, also der macht ja munter, also bieten wir den Schläfern, die so eine Mitgliedschaft haben da mal politisch korrekt den Blaugrub. Also, die Techniker Krankenkasse in Deutschland, also ich glaube, das ist die größte deutsche Krankenkasse, hat jetzt einen Bericht rausgebracht, nachsehen für alle, die sich das antun wollen und für die Bedienung vom Goggle zu faul oder zu blöd sind, kann man das beim Vermietertagebuch von Alexander Rauer. Da gibt es jetzt alarmierende Zahlen im Jahr 2022, sind die Arbeitsunfähigkeiten und die Krankentage in Deutschland, und ich gehe davon aus, dass wir als Bruderland da ähnlich aufgestellt sein werden, durch die Decke gegangen. Das Spannende ist, besonders zugenommen haben, man wird es nicht glauben, Erkrankung der Atemwege. Was recht spannend ist, weil 2020 kam ja diese alles dahin raffende Seuche, ihr wisst, jeder wird einen kennen, der danach irgendwie Bundeskanzler wird oder so ähnlich. Und dann kam die unmetikettierte Maske, alternativlos, auch nur in Deutschland und Österreich, als FFP2-Maske verpflichtend. Ein Schelm, wer jetzt denkt, naja, da haben auch beide korrupten Regierungen brav mitverdient. Es gilt natürlich weiter die Unschuldsvermutung. Und ja, da gehen jetzt also quasi plötzlich und unerwartet die Atemwegserkrankungen durch die Decke. Wer hätte das gedacht? Insofern ist es natürlich sehr nett, wenn du den Busfahrer auf seine gesundheitsbedenklichen Dinge ansprichst. Ich persönlich mache das nicht, weil, wie gesagt, von mir aus kann sich ja jeder, wenn er das möchte, mit einem ABC-Anzug am Bauheim und am Drehlüchtl am Kopf bei geschlossenem Kellerfenster abgeklebt mit Gafferbadl in den Keller setzen. Das ist ja seine persönliche Freiheit. Ich bin halt nur im Sinne der Selbstbestimmung der festen Überzeugung, dass man mich mit solchen Blödsinnigkeiten in Ruhe lassen soll. Ja, schau, ab einmal da ein Wahlplakat von, wie ist es in Salzburg, liest du es in? Ja, nicht schlecht. Wobei, schau, da hat man gar nicht die Diagonalen gemacht, wo der Ding reingehört. Und man hat auch da ein bisschen eine stabilere Konstruktion. Hochwertige Scharnierdeln. Ja, man hat da mit dem Höflich hochwertigen. Was ist da oben an der Front? Ja, da steht drauf, wer das gesponsert hat wahrscheinlich. Der Vordermann. Ja, aber, wie gesagt. Ein bisschen anderes Motiv da. Bei der Pressekonferenz haben sie sich eh gezeigt, aber das sind andere Motive, die wir gesehen haben. Nein, das stimmt nicht. Das haben wir gesehen. Die Vorstellung mit den Konterfeißen haben wir nicht gesehen. Aber wahrscheinlich ist es ja für die Österreicher viel wichtiger, das Gesicht als den Slogan zu sehen. Ja, ich weiß, man hört mir schon wieder an, dass ich nicht besonders viel von diesem korrupten und vertrottelten Land höre. Aber wir sind ja jetzt gemütlich durch die Linzergasse geschlendert, haben gesehen, dass das Gebäude des ehemaligen Zentralkinos jetzt zum Vermieten ist. Wie viele andere leer stehende Gebäude an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, Thomas Breit mit seinem Kanal Neue Normalität. Thomas Breit mit seinem Kanal Neue Normalität hat einen Beitrag dazu gemacht, weil der da auch immer sehr aufmerksam ist, was so passiert in dieser Wahldemokratie. Dass gerade die Insolvenzwelle so richtig rollt, nicht nur bei Banken, sondern auch bei Privatinsolvenzen. Und ich sage immer nur, wer hätte das gedacht? Nach drei Jahren politischem Irrsinn rund um diesen nasalen Virus, den man am besten mit Klopapier behandelt hat, haben wir jetzt mit dem zehnten Maßnahmenpaket für 13 Monate sinnloser militärischer Interaktion tatsächlich irgendwie eine Inflation geschaffen, die durch die Decke geht, so ähnlich wie die Atemwegserkrankungen in Deutschland und komisch, komisch. So, die schauen jetzt da in die Autos an. Na ja, schau, dann kann man sich hier mal blau verkaufen, für einen ähnlichen 2005 Euro oder so. So, der Roman hat schon Luftsteuer technisch gerecht beworben. Wir sind hier beim Herrn Diplom-Ingenieur Harry Bräuner. Für alle, die es nicht wissen, das ist unser Bürgermeister. Das ist der, der verantwortlich zeichnet für die Brückenkopfbeflaggung mit der Ukraine-Flagge. Wir haben das heute schon festgehalten. Das ist nur seine Fahrschule. Da gibt es, wie gesagt, schon ein Video, ich will mir da gar nicht aufhalten. Ich halte fest, er hat hier keine Beflaggung, also seine Solidarität ist hier scheinbar nicht gegeben. Er macht es lieber da, wo es im öffentlichen Raum passiert. So, schau, da schauen wir uns mal an. Preisklasse, B-Führerschein, inklusive 18 Stunden, 1890 Euro. Ja, naja, jedenfalls, er sucht dringend Verstärkung im Büro. Vielleicht sollte man da bewerben. Du musst geimpft sein. Tut mir leid für dich. Steht das da explizit? Das ist selbst natürlich bei ihm. Ich hätte mir das schon noch durchgelesen. Er sucht sympathischen, redegewandten und kommunikativen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Also, da hätte ich doch gesagt, Englischkenntnisse wären auch ganz salopp bei dir. Egal, wie viele Tage du bei uns arbeiten möchtest, wir sind flexibel. Das würde sich an meinen freien Tagen sicherer ausgehen. Wenn du gerne in Kontakt mit jungen Menschen bist und gerne an vorderster Front agierst, das ist doch genau mein Job. Was? Echt? Vorderster Front? Na. Wenn du gerne in Kontakt mit jungen Menschen bist und gerne an vorderster Front agierst, dann wird dir dieser Job gefallen. Alter. Das Klima ist sehr freundschaftlich und jeder kann selbstständig arbeiten. Hat du noch eh Autos, oder was? Wobei ich jetzt persönlich einmal eine Frage stelle, also ich habe mir das jetzt da durchgelesen und da steht immer nur Mitarbeiterin. Ist das jetzt vielleicht nicht ein bisschen politisch? Politiker verschlucken das jetzt so gern, dass die Redezeit ein bisschen mehr für dich steht. Ich meine, vielleicht lasse ich mich jetzt als Mann zur Transfrau ummachen. Falls das mit den Hormonen schief geht, mache ich einfach einen Amoklauf, weil der wird dann totgeschwiegen. Auch dazu gibt es gerade einen lustigen Beitrag von Thomas Breit in der neuen Normalität. Bist du dann schon überqualifiziert? Nein, egal, aber ich habe gesagt, sie suchen nur eine Mitarbeiterin. Schade, ich hätte mich so gerne beworben. Wir halten auch fest, Videoüberwachung, warum das jetzt notwendig ist bei einem ach so geschätzten Bürgermeister. Vielleicht, weil da daneben die ganzen Schäfte dann kaputt sind, geschlossen. Da ist alles dicht, da ist alles dicht, die Lüchter schon abmontiert. Ich habe da jetzt einmal eine Frage. Hammer und sicher für roten Untergrund. Ist das nicht die ehemalige Flagge der ehemaligen Sowjetunion, sprich UdSSR? Sie wünschen sich einen Jelzinsdruck anscheinend. Ich bin mir nicht sicher, ob da Jelzin noch so klassisch UdSSR war. Und nicht schon irgendwie auch schon Guss. Ah nein, der war nach Gorbatschow. Stimmt, stimmt, stimmt. Vor allem, er war eigentlich permanent im Öl, also im Wodka. Öl darf man nicht sagen, da muss man ja dann quasi Massenvernichtungswaffen finden oder so ähnlich. Hat sein Land in den Ausverkauf geschickt? Jedenfalls, ich finde es ganz spannend, dass die politisch Korrekten aktuell, die so für den Waffeneinsatz sind, in der Ukraine jetzt da quasi antifaschistisch mit Hammer und sicher für roten Untergrund werden. Aber wie gesagt, das war es wahrscheinlich wieder nur ich, weil ich eine alte Socke bin. Aber egal. Jedenfalls, also das war jetzt die Fahrschule unseres Herrn Harry Bräuner. Heute haben wir nicht mit der Gattin geplaudert. Es sind ja keine Aerosole mehr Thema. Wir haben auch nicht über die Beflaggung reden müssen, weil bei der Fahrschule hängen erstaunlicherweise gar keine. Und ihr anzukündigen, dass wir ihren Mann aufsuchen, um bei ihm Anzeige gegen ihn zu erstatten, sehr geahnsinniger sein. Aber wie gesagt, wir werden da dranbleiben. In diesem Sinne hätte ich gesagt, steigen wir mal wieder aus. Hopp, 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 hopp. Wir steigen aus, ja. Da hat einer das schöne neue Wahlschild umgeschmissen und kaputt gemacht und hat Sicherheit selber auch gleich ein Bekennerkleber drauf lassen. So, andere Seiten, die ist sauber. Vielleicht hat meine unglaubliche Kritik letzten Sonntag die Stadt bewogen, vielleicht doch zuzulassen, dass auch von den neuen Parteien, die noch nicht so etabliert sind, mal Plakate aufgestellt werden werden. So ist es im Geschäft, das ist auch nicht mehr belebt. Nein. Schau, Bonanzarabend. Ja, du musst den Sattel halt höchern stellen. Nein, den Sattel stößt nicht her. Von der Lenkung her, was ist der? Nein, nein, den Sattel stößt nicht her und ich kann dir auch genau erklären, warum. Weil das mit der Sissibar-Federung hinten nicht funktioniert. Dann müssen wir jetzt, wenn wir Trotzen-Federungen dazuschweißen. Ich gehe da aus reiner Neugierde jetzt einmal rein und frage einmal, was wir sind geflogen. Von 13 bis... Das 1 Uhr wird falsch sein. Aber ich gehe ja davon aus, dass das 0 bis 12 Wendel falsch ist. Egal, wir probieren das auch noch einmal. Danke. Grüße Gott. Hallo. Sie haben da ja sehr künftig zwei Bonanzarabend in der Notarabend. Jetzt ist die Frage, was verlangen Sie für sowas? Was? Sie haben da Bonanzarabend hier hinten. 2 Felsarabend, ja. Was verlangen Sie für sowas? Verlangen? Preis. Preis. 550. Okay. Okay? Ja. Gut. Überlege ich mir. Ja, okay. Überlege ich mir. Preis ist okay. Okay. Ja, wenn nur das hintere, weil das ist ein paar Folgen, das ist nicht meins, also das finde ich den Puff-Grohen-Dinger. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tomas. Ja. Er ist aber quasi rechtsabgewogen, also ich glaube, das darfst du gar nicht füren. Egal. Wir halten fest, wir können es jetzt werden, also nachdem ich nicht Mitarbeiterin im Team vom dynamischen Harry in seiner Fahrschule werden kann, weil ich mich da zuerst umbauen lassen müsste, weil männlich, weiblich und divers ist bei unserem Bürgermeister nicht gefragt, da zählt scheinbar nur weiblich. Und ja, könnte ich vielleicht zur Polizei gehen, scheint ein relativ gemütlicher Job zu sein. Hast du mehr Erfahrung? Nein, und es scheint ein relativ gemütlicher Job zu sein, weil wenn einer kommt und eine Anzeige machen will, sage ich einfach, dafür sind wir nicht zuständig. Haben wir heute genau so mitgeteilt bekommen. Sei es wie sei, damit sind wir wieder raus im schönen, nicht mehr verschneiten, dürrigeplagten Salzburg. Also da, ihr seht, alles vertrocknet, nicht einmal da ist vertrocknet, sogar da sind Wasserlatschen. Entschuldigung, Fake News. Das ist der Schweiß von den Arbeiter, weil es so imbrünstig da arbeiten. Das kommt natürlich auch sein. Ja, sei es wie sei. Wir haben da vorhin jetzt einen verschneiten Gleisberg und das wird sich mit Romans Kamera ausgeben. Also das weiße Zeug ist nicht das Kokain vom Herrn Teichtmeister, Eigenbedarf. Das ist Schnee, der liegt bekanntlich in dürren Ländern ja zu sehr zahlreich rum. So, damit sind wir jetzt wirklich draußen, bevor ich da an den Ladestationen der Salzburger G vorbeigehe. Ja, da war übrigens unser Wilfried, der Weidsichtige, auch nie dabei. Also der war ja gerne mal vom Verkehr weg. Er war ja bei der Impfpflicht nicht dabei. Er war ja sonst nirgends dabei. Ich meine, Felix Baumgartner hat sich ja vor kurzem herausgenommen und der Thomas Breit hat es bearbeitet in seinem Kanal Neue Normalität, dafür Kritik zu äußern. Die Rückzahlung von widerrechtlichen Strafen, also verfassungswidrigen Strafen, an die Bürger in Salzburg nicht gut zu heißen. Und der Baumgartner hat das kritisiert, dass unser Landeshauptmann diese Äußerung getan hat. Aber das zeigt halt einmal mehr so ein bisschen dieses Demokratieverständnis unseres Landeshauptmanns. Aber wie gesagt, der war ja auch nie dabei. Also der hat ja auch nie gesagt, dass Menschen, die keinen Pass haben, der sich als vollwertige Reichsbürger auszeichnet, dann halt nichts einkaufen dürfen. Wie gesagt, der war ja auch nicht bei der Impfpflicht dabei. Also Wilfried war auch nie dabei, sich zu bereichern als Vorstandsmitglied bei der Salzburger G. Grundlegend waren wir eigentlich alle nie dabei. Also das ist, geschichtlich haben wir das schon mal gehabt. Erst wacheln alle mit Blumensträßeln und der Saber fällt einem aus dem Gesicht bei der Frage, ob sie den totalen Krieg wollen und hinterher waren wir alle nie dabei. Wenn wir gerade beim totalen Krieg waren, für alle, die sich jetzt immer noch denken, warum der unsympathische Kerl die ganze Zeit so deppert über das verdrottelte, korrupte Land dreht und so wenig Respekt vor dem Einsatz des Selenskis hat, ja, weil der gerade einen neuen Plan bekannt gegeben hat zur, wie soll man das sagen, Zurückeroberung der Krim. Und da ist dann so von Säuberung und Entgiftung die Rede und andere Maßnahmen. Schaut euch das selber an, könnt ihr sehen bei Gerwin Lovrecki. Interessant, wenn man da nur am Atomwaffen schreit, ja, bei Säuberung. Kann man auch empfehlen, den Kanal vom Gerwin Lovrecki. Und ja, schaut euch das da an und bildet euch einfach selber eure Meinung. Ich schaue inzwischen wieder drüben, dass ich ganz werden, Schüttl rotierend auf der, mit welcher Energie auch immer betriebenen Litfaßsäule rotiert ist. Schauen wir uns jetzt aus der Nähe an. So, da sehen wir jetzt, da dreht sich der Ich-kann-s-werden-Ding. Na, sehr schön. Dann drehen wir uns einmal mit im Kreis. Nein, wir drehen uns nicht im Kreis. Machen wir wie die Polizei eine 360-Grad-Wende. Nein, nein, das ist nicht die Polizei, sondern das hat die Annalena Baerbock gesagt, muss der Putin machen. Aber gut, ich meine, was Annalena Baerbock sagt, wollen wir jetzt nicht kommentieren. Macht auch Schule. Jedenfalls ist es recht lustig, also da haben wir jetzt quasi, oben Ich-kann-s-werden-Werbung vom Innenministerium und unten haben wir quasi einen Zitronen-Gin, damit man dann wieder weiß, wie es ist, als bestausgebildete Truppe für die Sicherheit vom Innenministerium. Am besten nicht unter 1,2 Promille, auch wenn es hier natürlich quasi um einen Gin und nicht um einen Cobra-Libre, den man ja mit rummacht geht. Wurscht an! Andererseits zahlt sich die Radar-Bist-Win dann auch wieder aus da oben. Achtung, Quetschgefahr, Betriebsanleitung lesen, arbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Ding so quietscht, weil es nicht gescheit gefettet ist. Das liegt am Fachkräftemangel. Da haben wir einfach keinen, der das Ding warten kann. Nachdem, dass man die ganzen Demonstranten erpresst hat, wird man schon ein bisschen Fetten rauskriegen für das. Na, die Fetten kriegt man bei uns quasi meines Erachtens noch am besten, indem man unseren Sportminister und Vizekanzler holt. Der hat ja vor kurzem als Undercover-Boss eh den Hausmaster gemimt, in einem mehr als peinlichen Video. Das kann man sich schau, 50 Jahre Schlaubsauger von Miele, futuristisch, toll. Da schlagt mein Herz wieder höher. Da wird die Hör wieder gegrüßt. Schau, da haben wir wieder ein Plakat von Wirs in Salzburg. Es ist toll. Kein Beinmal. An einer Busreitestelle. Sieht man, das ist toll. Scheinbar hat meine Kritik da letztendlich was bewirkt. Wenn wir 2% dazugewinnen. Rede ich mir halt einfach einmal ganz toll ein, wenn ich schon den Bürgermeister beim Bürgermeister anzeigen muss. Dann sage ich wenigstens, dass das so funktioniert. Sei es wie es sei. Also wie gesagt, wer den lustigen Bericht sehen will von unserem Vizekanzler als Undercover-Hausmaster-Boss, der kann sich das mit den Energiesparschlapfen bei RTV-Regionalfernsehen anschauen. Beziehungsweise wer das mit einem sehr ansteckenden Lachen erleben würde, schaut auch beim Thomas Breitrein. So, wer überholt er jetzt einmal ganz kurz. So, und nein, das ist ein kleiner Teil, ich habe noch gut, das gingen wir noch nicht. Dann gingen wir da noch nicht. Hast du das zuerst angerufen gehabt? Ja, um 17 Uhr machen wir ja. Okay. Ja, da haben wir jetzt, als Liebe zum nächsten, Maske ist immer noch en vogue und angesagt. Also für die nächsten Atemwegserkrankungen ist gesorgt. So, die Suse ist schon einmal da, das ist schon einmal grundlegend fein. Aber wir machen jetzt einfach das, was in Zukunft alle machen werden. Weltweiter Klimastreik, noch habe ich dir. Wir setzen uns einfach einmal ohne Obdach auf eine Bankerl. Wie gesagt, das steht uns eh alle bevor, wenn das wirtschaftlich so weitergeht. Aber an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön für alle guten Menschen. Eine Bank mit Mittellehne, da schau her. Nein, das ist wahrscheinlich, damit die Salzburger Polizisten, ich kann es werden, nicht wie in Veradlberg einen Warnschuss abgeben müssen, weil zwei auf einer Bank sitzen. Das ist sozusagen der Abstand, weißt du? Ah, jetzt hört man. So, und weil es so viele Gründe zum Spalten gibt, sorgen wir jetzt für eine gute Unterlage. Da warten wir aber trotzdem noch, weil da steht immer nur ein Klosgeschwindel. Oder sind wir einfach böse Leute? Kann aber nicht mehr lange dauern, weil 17 Uhr sollte offen sein. Ich wollte gerade sagen, die Räder sind kleine Rücken. Also, wie gesagt, wir stellen uns noch kurz die Füße runter und euch wünschen wir einen guten Appetit. Schnitzel mit Ketchup, gell? Schnitzel mit Ketchup.